Bist du Pilot oder Co-Pilot? Was bedeutet jetzt dich für dich als Unternehmer, Unternehmerin, Selbstständiger, Selbstständiger, Angestellter oder Angestellterin? Whatever, gendern ist nicht mein Ding, merke ich gerade, aber egal. Aber dazu will ich euch gerne mal kurz was erzählen von meinem Impulsvertrag Co-Pilot und Pilot. Wenn du als Unternehmer, Selbstständiger, Pilot bist, brauchst du immer einen Co-Piloten an deiner Seite, wo dich auf dem Weg nach oben begleitet, denn ihr wollt ja nicht fallen und abstürzen und auf den blanken Boden fallen. Aber wenn es doch so mal kommen sollte, dann kannst du deinen Co-Piloten ins Boot holen, an Bord holen und ihn fragen. Sag mal, ich merke gerade, dass ich falle. Was mache ich denn falsch? Kannst du mir da helfen, auf dem Weg nach oben wieder zu kommen? Dazu gibt es eine 30-minütige Keynote von mir persönlich und live, on stage, in Zoom. Ich lade dich gerne so ein, dazu beizukommen. Oder zu meinem Webinar Empathie für den Kunden oder auch zu meinem Barcamp, das allererste Parkcamp mit anderen Veranstalterinnen und Gastredner, Gastrednerinnen, das am 18.02.2022 von 19 Uhr bis 21 Uhr stattfindet. Die Links findest du in den Kommentaren, respektive der Link zur Anmeldung für den Impulsvortrag. Dazu schreib mir gerne eine Nachricht. Aber die anderen beiden Links findest du in den Kommentaren. Ich wünsche euch oder auch dir einen wundervollen Tag. Dein Michael Warrauch